auch starker Wind was sind das zwei Striche die Welt einer Steigerung ja drei Striche das ist dann richtig heftiger Wind da kommst du nicht mehr gegen eine oder wie doch schon doch schon vielleicht ist das Wetterfahre aus Kärminen Wiener Sandbank wo ist denn wo ist deine Sandbank Entschuldigung das war Hitler das hat dachte ich die Soldaten auf der Plantage würden uns entdecken dann geh von Bord und schlech dich an Land wir kümmern uns um Dejector Cat Island hier gibt es eine Meierstähle einen Aussichtspunkt eine Meierstähle so was genau fünf Drohnen ein Notenblatt ist also klar dass es dann schon übers Wasser hinweg ist ja ich muss jetzt zum Gesandten ich muss zum Gesandten hier ist die Meierstähle kann ich gerade nichts machen schade zu werden wir sind wachen man musst aufpassen Angst ein ach Nur ein Umtrunk, Sir. Wilmington hat Geburtstag. Und ihr wagt es, euch Schied zu betrinken? Das ist kein Problem, Sir. Wir haben alles im Griff. Das werden wir schon noch sehen. Denn heute Abend müsst ihr die Wachen verdoppeln. Verdoppeln, Sir? Aus welchem Grund? Ich glaube, ich wurde verfolgt, junger Mann. Von Piraten, wenn mich meine Augen nicht trügen. Obwohl ihr Schiff ungewöhnlich groß war für solchen Abschauen. Waren sicher keine Sklavenhändler. Nicht bei dieser Größe. Verdoppler auf jeden Fall die Wachen. Und halte verdammt nochmal nach allem verdächtigen Ausschau. Meinen Sie, wie der Kerl, der da im Feld sitzt? Du da oben schlaf nicht einmal, du hast eine Aufgabe. Entschuldigt, Sir. Ich halte meine Augen offen. Ah, jetzt sieht man den sogar auf der Karte markiert als... Himmel, Herrgott! Was zum Teufel ist heute los? Was glaubst du, wie du diesen Alarm auslösen willst, wenn du stolzbesoffen bist und nicht gerade ausgehen kannst? So bin er da jetzt. War auch nur ein Glas. Ich halte doch aus der Auswahl. Muss ich gar nicht so genau auszielen. Hier werden gerade die grundsätzlichen Gefahren für uns gezeigt, die wir haben. Ich dachte, das macht was. Okay. Kleine Entdeckung. Ich möchte den Verantwortlichen sprechen. Ich verlange Zutritt zum Lagerhaus. Welcher von euch Hunden hat den Schlüssel zum Lager? Genau. Den müssen wir nämlich auch noch finden. Bringt mir den Schlüssel! Bringt mir den Schlüssel! Ich will den Schlüssel haben. Nein, jetzt nicht. Würdet ihr mir bitte den Schlüssel bringen? Das ist ja ganz gechillt. Ganz gechillt. Ganz gechillt. Da, der hat den Schlüssel. So, den muss ich jetzt stehlen. Das ist toll. Toll ist das. Ja, komm alleine her. Komm alleine her. Ja, braver. Braver Schlüsselträger. Mann, ich geh doch alleine. Was hab ich? Das war ganz falsch. Das war ganz falsch. Das war ganz, ganz falsch. Alle Wege führen nach Rom. Außer der Rechtsexte ist ausgeschlossen. I see you. I'm dead. As good as. Ich muss sich alle erst mal hier töten. Das war eigentlich nicht so geplant. Zweiter Schützer, uchs. Naja, ist nicht so witzig. Ja, so bekam sie keine hundertprozentige Trefferchance. Ah. Ups, nee, das ist kein Gegner. Hooray! Hooray! Prepare your car, hurry up, Likes! Hurry up, Likes! So cool, ich liebe es einfach. Ähm. Da. Oh, da war noch irgendwas auf dem Neb. No longer. Los geht's mir! Ups. Den wollte ich eigentlich direkt auf selber machen. Witzig. So, da ist eine blaue Kiste. Was ist eine blaue Kiste? Was? Was sind die blaue Kisten? Die sind blau. Ich hab' zu viel gefeiert. Kannst du gerne mal reingucken, ne? Bäm. Ab selber Herausforderungen beendet und 5.000. Ne, wir besitzen 5.000 Real, das ist die Auswahlung. Verdammt! Ich dachte, wir hätten 5.000 Real bekommen. Oh, da ist ein Aussichtspunkt. Mhm. Schön. Ich mag Aussichtspunkte. Ich auch, das war so eine schöne Aussicht. Bitte denn? Well played, Sir. Well played, Sir. Schön hier. So, wir müssen jetzt zum Lagerhaus und die Sachen stehlen. Ach so. Ja. So ist das alles. Normalerweise ist es nicht so einfach. Okay. So, ob das jetzt einfach war. Okay. Now you work. 10 feet. I'll have you never out, mate. Hülle. Fuck. Zack, zack. Wuuu. Anonym werden, naja. Na klar. Ja, wir wollen nur warten. Ich bin anonym. Na dann. Was kriegen wir? 20 Holz, 35 Metall, 35 Stoff, 20 Rum und 25 Zucker. Das ist scheiß viel und das ist scheiß geil. Sehr geil. Mhm. Plantagen sind super. Vision beendet. Erinnerung, 5 Zuckerrohr und seine Produkte. Oh, wir hätten Alarmglocken sabotieren können. Ja. Aber nachdem schon alarmiert wurden, habe ich keinen Sinn daran mehr gesehen. So, wir gehen mal an Bord unseres Schiffes. Weil es ja so weit weg war. Ja. So. Halbes Segel, fangt etwas Wind ein! Wir fangen... Boah, da ist direkt ein Stein vor dir. Ne? Ich komm da mal direkt ein Stein vor dir. Ja, der da. Ha. Ich dachte, da war da links auch einer gewesen. Hab ich mir gehört. Hab mich ganz offensichtlich geirrt. Da müssen wir jetzt hin. Mhm. Zur nächsten Hauptmission. Mission. Angemessen Verteidigung, oh Gott. Alle setzen und... Ich sing ja schon nicht mehr mit. Ich hab nichts gesagt. Das war zu mir selber. Ich hab grad keine Sankstimme. Keine Sankstimme. Oh. Schau mal, da kannst du ja mal aufwärmen. Ich muss mich erstmal aufwärmen. Stimme warm singen. Close one. Tim. Tja. Hm. Schön in der Nacht, oder? Mhm. Schau die schönen Sterne an. Die ziemlich groß sind. Was hast du gegen Aufgeilen? Du Kind, echt hey Du Kind Was heißt denn hier, ich Kind, die sagen Auf Sag Was denn Ich kenne das Wort halt nur mit einer Bedeutung, okay? Schön, ich mag die Aussichtspunkte hier Du kennst das Wort geil nur mit einer Bedeutung Also dieses Aufgeilen halt, ne? Ja Man hisst die Segel Okay Man streicht die Segel Vorher waren sie noch rot Keiner hat jemals gesagt Ja Ein Geheimnis Was gibt's hier noch? Ein Geheimnis gibt's hier noch Und noch ne Truhe Und ne Schatzkarte Schatzkarte wird das Geheimnis sagen Achso, okay Das riecht aber bisschen komisch, dass das Geheimnis direkt auf der Map zu sehen ist Ja Geht das nur mir so, oder? Normalerweise kann man ja mit der, äh Mit der Lupe Mit der, na Nehm Fernglas Kann man auf ne Insel schauen und dann sieht man das auch schon Was da alles ist Hm, okay So Ein Animusfragment Das wir uns jetzt noch holen Animus muss sein Yes So viele Fragmente Auf Salt Lagoon Tja So Mal schauen wo uns diese Schatzkarte hinführt Das wär auch interessant Hahaha Naja Der arme Mann Das passt Das passt Ja, jetzt haben wir alles Und das ist die Schatzkarte, äh Okay Weißt du wo die Mühle steht? 442 118 Ah, okay Und 442 118 ist Ein ganzes Stück weiter weg 442 118 Andere Richtung, nach unten Oh, verdammt 442 118 ist Hier Das ist ein ganzes Stückchen weiter weg, ne? Ja, bloß ein bisschen was Das ist halt da wo die ganzen Forts sind Oh, schwer Mhm Ganzes Stück weiter im Süden Hahaha Ja Ja Erst hier haben wir noch nicht entdeckt Aber davon ist es ja Ich würd grad sagen, da vorne ist ja schon eins Warte mal, ne? Warte mal, ne? Ah, verdammt Das war nicht ein Waffenwechsel Das war Waffen... Naja, hier genau Hier hatten wir alle Waffen Nein, nein, nein Na, verdammt Ähm Nicht wirklich Das war nicht so schnell Nicht so schnell für mich Oder halt doch, ne? Da bräuchte man ein Blasrohr oder von einem Bogen oder so Hat jemand was vom Blasrohr gesagt? Du Kind! Ne, das kriegen wir später Ich wollte eigentlich nicht spoilern, aber Hättest du auch nicht müssen? Ja, also wenn du mich als Kind hier bezeichnest, hier Tja, fällt dein Ego das nicht aus? Nein Mein Ego ist zu groß dafür Ja Das sind die Geheimwünsche von Ego Palmen Aber nicht rumwählen Ich starte jetzt mal eine Mission, oh mein Gott Ja, das ist nämlich noch gelandet